Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle sehr gut in den Tag gestartet, momentan traden wir bei ungefähr 19.200 US-Dollar. Wir haben wenig Bewegung in den Märkten momentan, also wirklich wenig zu berichten im Endeffekt. Trotzdem schauen wir uns einfach mal ganz kurz an, was könnte jetzt über das Wochenende passieren, was ist vor allen Dingen wichtig, welche Zonen müssen durchbrochen werden, was ist das möglichst nächste Ziel. Schauen wir uns alles an im heutigen Video. Bevor wir starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke. Und morgen wird es wahrscheinlich einen neuen YouTube-Talk geben. Ich weiß noch nicht, ob ich es morgen schaffe oder am Montag, aber ihr habt euch ja auch in der Telegram-Gruppe dafür entschieden. Erstmal wieder ein YouTube-Talk, nächste Woche dann wieder eine Börsenvorstellung. Video ist zwar schon gedreht, aber egal, das hauen wir da nächste Woche raus. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt durch. Wie gesagt, momentan ungefähr 19.200 US-Dollar, wir sind jetzt auf dem 4-Stunden-Chart unterwegs. Wir sehen echt wenig Bewegung. Was aber wichtig ist, wir befinden uns klar in einem Downtrid, jetzt mal abgesehen von diesem Wig, der mit ordentlich Volumen gefüllt wurde, bin ich weiterhin davon überzeugt, dass wir uns zumindest in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar über das Wochenende, in diesem Bereich von 21.000 US-Dollar begeben. Wir haben hier noch eine kleine Supply-Zone. Wir haben diesen Wig, der mit ordentlich Volumen, wie gesagt, gebildet wurde. Das heißt, viele, viele Short-Positionen sind hier in den Markt gekommen. Deswegen wäre das die erste Anlaufstelle. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal hier nachhaltig diesen Downtrend durchbrechen. Wir befinden uns auch momentan hier in dieser kleinen 4-Stunden-Demand-Zone, heißt in einer Support-Zone mit wirklich auch wenig Volumen. Also wir haben wieder so ein bisschen das Problem, wir haben wenig Volumen im Markt. Wir schauen mal kurz, was das Fit-Level sagt. Auch hier tendieren wir momentan hier ums 0,786er. Zumindest untergeordnet. Das heißt, wir sind auch hier durchs Golden Pocket, hatten keinen 4-Stunden-Close darüber, wenn wir jetzt diese Bewegung mal nehmen. Deswegen übergeordnet sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Dafür einfach mal vom Low zum Swing High. Und da sehen wir, dass wir uns momentan direkt wieder in unserem Golden Pocket befinden. Wer noch eine Long-Position eröffnen möchte, Stop-Loss auf jeden Fall unter das 0,786er legen bei ungefähr 18.400 US-Dollar. Wenn nicht sogar ein bisschen tiefer bei 18.300 US-Dollar, weil wir hier unten dann die nächsten Support-Zonen haben. Mit einer 6-Stunden, mit einer 8-Stunden, mit einer 4-Stunden-Demand-Zone. Lieber ein bisschen tiefer legen. Risk ist meines Erachtens hier noch ein bisschen in Ordnung. Trotzdem, wir haben Wochenende wenig Volumen im Markt. Immer ein bisschen aufpassen, was so größere Positionen anbelangt. Wir müssen erst einmal diesen Downtrend auf jeden Fall durchbrechen, solange wir diesen nicht durchbrauchen haben. Und keinen bestätigten 4-Stunden-Close darüber haben, wird es ein bisschen schwer. Aber sobald wir das haben, könnten wir auf jeden Fall hier die 21.000 US-Dollar angreifen. Hier oben gibt es deutlich, deutlich mehr zu holen als unten. Ist auch gut für die Market Maker, um ein bisschen hier die man ins Spiel zu bringen. Deswegen für mich, Wochenende wahrscheinlich eher ein bisschen seitwärts. Wenn wir aber unsere Downtrend-Linie durchbrechen, kann ich mir sehr gut einen Pump in Richtung 21.000 US-Dollar vorstellen. Einfach, um die ganzen Stop-Losses hier oben rauszuholen. Und dann müssen wir schauen. Im Endeffekt passiert seit Wochen nicht wenig. Es kann wirklich sein, dass wir uns jetzt wirklich über den Sommer wirklich in so einer Range zwischen 18.000 und ich sage jetzt mal 22.000 US-Dollar immer hin und her bewegen, bis wir dann wirklich mal ein endgültiges Breakout sehen. Wie gesagt, wir haben übergeordnet immer noch diese Möglichkeit, dass wir uns hier so ein kleines W-Pattern bilden könnten. Aber gut, das müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie so die nächste Woche dann vor allem startet. Wie geht es da weiter? Die Aktienmärkte haben gestern positiv geschlossen. Wir haben unser 7-E-Gap bei ungefähr, ich glaube, 19.370 US-Dollar. Ronny wird es euch später noch in die Telegram-Gruppe einposten, sage ich jetzt mal so. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall später drauf freuen. Ansonsten, wie gesagt, es gibt wirklich wenig zu sagen bei Bitcoin. Ich würde sagen, wir halten uns das auch nicht ewig drauf auf und gucken uns lieber noch ein paar Altcoins an. Ethereum, auch weiterhin hier mit dem Fibonacci Retracement Level gearbeitet. Wir sind weiterhin hier am Golden Pocket. Wenig Bewegung, auch hier haben wir diesen Wig, weshalb ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir zumindest, vielleicht sogar übers Wochenende, so wie bei Bitcoin, uns die 1.117 US-Dollar holen, weil wir dann auch hier den nächsten Widerstand haben. Da müssen wir gucken, ob wir nicht wieder doch ein Retracement nach unten hinkriegen. Die nächsten Widerstandszonen liegen dann auch hier in diesem Bereich. Hier haben wir eine 4-Stunden-Supply-Zone, auch in diesem Bereich, wo auch dieser Wig-Lick heißt. Es würde hier sehr, sehr gut passen, die Liquidität zu holen. Nächste Zone wäre dann knapp darüber, bis ungefähr 1.150 US-Dollar. Das sind jetzt so die Zone, die ich mir übers Wochenende vorstellen kann, wo gut passen würde. Auch auf den kleineren Time-Wirms zumindest mal so ein möglicher doppelter Boden, der sich bilden könnte, solange das Golden Pocket auf jeden Fall hält. Der würde uns dann hier wirklich in diesen Bereich zwischen 1.150 und 1.170 bringen. Müssen wir mal beobachten, aber das sind so die bullischsten Szenarios. Ansonsten gibt es eigentlich nichts, was bearish wäre, außer, dass wir dann halt wirklich hier wieder diese Lows abgreifen. Aber gut, momentan sieht es nicht danach aus. Momentan stabilisiert sich alles. Wenig Bewegung in den Märkten und es ist Wochenende. Gut, dann XRP. Gleiches Spiel. Wir befinden uns momentan hier an dieser kleinen Support-Zone, die auch momentan noch hält, sage ich mal. Wir haben zwar noch keinen Dip hier reingesehen, aber das wäre jetzt wirklich der nächste Support. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Wir haben damals schon gesagt, okay, dieses Void wird auf jeden Fall gefüllt. Wurde gefüllt, da hatten wir diesen Pump. Aber auch hier bin ich eher davon überzeugt, dass wir doch nochmal eine Welle nach oben hinkriegen, in diese ehemalige Widerstandszone, sage ich mal. Auch hier großer Wig mit einigermaßen großem Volumen. Heißt für mich eher, dass wir uns ein Retracement nach oben hin vorstellen können, einfach um hier diese ganzen Stop-Losses wieder abzufischen, um diesen Wig hier zu holen. Und da müssen wir wirklich eine neue Analyse machen, um zu gucken, okay, wie ist der RSI momentan? Ist viel Volumen hier oben wieder reingekommen wird? Werden wir wieder abgekauft? Müssen wir alles so Step-by-Step gucken? Aber momentan sieht es eher danach aus, dass wir zumindest über das Wochenende leicht nach oben hinsteigen können, vielleicht am Montag nochmal einen Schub kriegen. Und da müssen wir wirklich gucken, ob das dann wieder so ein False-Move-Monday wird oder ob das wirklich nachhaltig ist. So, Chainlink haben wir uns auch lange nicht mehr angeguckt. Auch hier wenig Veränderungen. Also ihr seht, die Märkte verlaufen momentan relativ, relativ seitwärts. Aber was auch hier interessant ist, seht ihr hier auch dieser krasse, deutliche Wig. Den werden wir uns wahrscheinlich früher oder später holen, einfach um die Stop-Losses hier abzukrasen. Kleiner Wig da drüber. Und das wäre dann auch ein mögliches, sag ich mal dann, Short-Szenario, wo wir dann wieder eine Welle nach unten hinkriegen. Müssen wir dann mal schauen. Aber das wäre jetzt auch hier das Szenario, wo es heißt, okay, wir würden jetzt über das Wochenende erstmal ein bisschen steigen. Spricht momentan vieles dafür, auch weil die RSI deutlich, deutlich abgekühlt sind. Einfach, um ein bisschen hier Longs reinzuholen, dann die Shorts zu killen und dann wiederum die Longs. Das kann ich mir momentan wirklich am besten vorstellen. Polkadot auch ewig nicht mehr angeguckt. Hier eher eine übergeordnete, riesige Seitwärtsrange. Sieht man hier ganz gut. Wenig Bewegung, kein Volumen im Markt. Also auch hier müssen wir wirklich erst diesen Downtrend mal durchbrechen, um zu sagen, okay, wir werden hier wieder etwas bullischer. Also behaltet mal auf jeden Fall diese Downtrend-Linie im Auge. Ansonsten, Matic, gestern mal ein, zwei Trades gemacht, auch hier im Golden Pocket Long gegangen. Und ja, wenig Bewegung einfach. Also wir sehen hier, huch, da ist das FIP-Level ein bisschen falsch gelegt. So, Golden Pocket reingegangen. Auch hier wenig Bewegung. Wir sind auch hier in dieser 4 Stunden Demandzone, die wir schon längst durchbrochen haben. Ja, zieht euch am besten wirklich überall mal ein bisschen das FIP-Level. Guckt auf das Volumen ein bisschen, um das ein bisschen abzuschätzen. Ansonsten gibt es wirklich wenig zu sagen hier momentan in diesen Bereichen. Müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall die 4 Stunden Supply-Zone hier erreicht. Danach wurden wir abgekauft. Mehr gibt es momentan nicht zu sagen. Damit würde ich sagen, ziehen wir das Video nicht noch länger in die Länge, sage ich mal. Grayscale Klack gegen SEC Spot ETF gefordert. Hoffen wir einfach mal, dass das irgendwann passiert, beziehungsweise dass er genehmigt würde. Aber VanEck, also auch wieder so ein ETF-Anbieter, hat auch wiederum einen neuen Antrag gestellt. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns morgen früh wieder zu einem aktuellen Update-Video. Wie gesagt, morgen wahrscheinlich oder am Montag. Kommt dann das Crypto Talk Video mal wieder. Mit wem, verrate ich noch nicht. Wird eine Überraschung. Ansonsten, schönes Wochenende. Wir hören uns morgen früh wieder. Genießt das Wetter draußen. Guckt nicht zu viel auf die Charts. Es ist Wochenende, passiert eh meistens weniger. Habt ihr jetzt in den Charts gesehen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.